Hallo zusammen, ich wünsche euch auch manche, die haben heute einen schönen, schönen, schönen Tag. Heute ist der jährliche Japan-Tag. Ich wünsche mir Glück für heute schönes Wetter und es gibt auch verschiedene Leute aus verschiedenen Kulturen, wie wir heute hier in diesem Dorf sind. Kommt mit mir mit und lasst uns neben mir fragen, wie die den Japan-Tag finden. Zählen. Oh, ich bin safe, wie geht's dir? Auch ganz gut. Wie finde ich den Japan-Tag? Richtig geil. Und du, alles, was dich verkleidet? Als Oktopus. Warum? Warum ausgerechnet als Oktopus? Wir machen das eigentlich so, wir haben alle zwei Jahre Cosplays von der Anime-Serie, und so machen wir einfach irgendwas Verrücktes. Vor zwei Jahren hatten wir eine Banane mit dabei, einen Apfel, und dieses Jahr hatten wir halt die Oktopusse. Die anderen Tentake-Mates werden gleich gefallen. Das sieht wirklich gut aus. Bist ihr aus dieser Kontrolle? Bist ihr aus Richtung Paderborn? Aha, cool. Wie geht's dir? Super. Wie geht's dir? Ja, ein bisschen warm, aber ansonsten geht's. Wirst du denn mit deinen anderen Leuten zusammen? Ja, natürlich. Eine schöne Abkunftsgruppe. Sehr schön. Und wie würdest du mehr Kontakt? Beste. Beste, was es gibt. Richtig geil, ne? Richtig Hammer. Sehr cool. Wuuuuhhh! Das war so super geil. Ein Moment halt im Ort. Ja. Bei der Lufthor. Ja. Hallo. Anime Naruto. Naruto, genau. Anime Naruto. Richtig. Nidana aus Naruto. Das sieht echt klasse aus. Richtig. Dankeschön. Mal krank. Oho. Oho. Nice. Oho. Und jetzt mal. In der Küche. Ist hier ja so. Oho. So, jetzt ist es gut. Kaffee 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 Wie geht's jetzt? Sie sind jetzt die erste Person, die keine Klamotten drückt. Warum? Weil ich nicht so ein großer Fan bin von den ganzen Gafanrassen. Genau. Aber ich bin trotzdem spannend. Okay, dann feiern Sie heute noch Milch oder wie ist das? Ein bisschen. Also ich schaue ein bisschen hier rum. Ich komme mir ein bisschen das Lecker zu essen. Und heute Abend ist das Feuerwerk. Hallo. Wie geht's dir? Du siehst aber echt toll aus. Anders, was bist du begleitet? Äh, als Patientus. Das sieht aber richtig heftig aus. Schön. Wie findest du den Herbantrag? Sehr schön. Wie ist das hier schon? Ähm, ich weiß nicht. Ich war das erste Klöpfchen ab hier. Ja. Aber lange nicht mehr. Und damit ist das dritte Jahr. Ja. Bist du auf den... Bist du auf den... Ja. Ja. Ich komme auf den... Wie geht's euch? Müde. 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 Ja, am Tag ist immer müde. Muss immer Nacht. Dann bist du aktiv. Was haben wir? Meistens. Meistens. Da habe ich mit Mum und Tan eher auf Schlaf gezogen. Aha. Bei dir? Wie geht's gut? Wie findest du den Herbantrag? Bei dir? Schneebeln. Ja. Ja. Ich habe den Herbantrag. Ja. Ja. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. Tschöschchen, niggas. Ja. 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 Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Ja, ich geht's gut. Hallo. Wie findest du den Herbantrag? Momentan ziemlich gut. Ziemlich voll. Macht Spaß. Bist du jedes Mal hier oder ist das dein erstes Mal jetzt? Das ist mein erstes Mal momentan. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich nächstes Jahr nochmal komme. Sehr schön. Bist du aus diesem Dorf hier, aus diesem Kreis oder kommst du aus einem anderen Kreis? Ich komme aus Duisburg, aber ist nicht weit entfernt. Eine halbe Stunde mit Zugbahn. Dann geht einfach. Bäst du aus demordern? Bist du aus demordern? Bist du in den Hosen des Jönes? Hör auf dem Hosen des Jönes? Das war inha. Das war in der Hosen des Jönes und Runden. Das war in der Hosen des Jönes. Sohle, 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 Giniakari, Giniakari, Sohle! Hallo ihr beide, wie geht's euch? Wie findet ihr den Japan-Tag? Alles was? Seid ihr verkleidet? Du sind von Tokio. Made. Einfach so? Ja. Seid ihr hier aus dem Düsseldorf-Kreis? Ne, aus Köln. Nein. Aus Köln? So? Oh nein, die Bandershkrener? Nein, ich wollte sie einfach heute zum Düsseldorf kommen und den Abendmittag erleben hier. Ja. Einfach hier zu erleben, den Abendmittag. Ja. Sieht aber echt krass aus. Danke. Mein Kamera! 2000 Euro! Ich kann es fliegen! Sphärische Musik Sehr nachvollziehbar!